Gegen einen Power... Oh, gegen meinen allerbesten Freund. Meinen aller, allerliebsten Freund. Den Thromp, den niemand liebt. Oh ja. Ich mein, man nennt ihn nicht umsonst. Power-Thromp. Treffer. Und fang an zu blitzen. Bäm! Nein! 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 Das wär's gewesen. Das war total blöd, aber egal. Hey, ich bin's. Ich bin's. Ich krieg das auch so irgendwie hin. Fall doch runter. Fall doch darunter, wo du fallen musst, Junge. Bob-omb. Nein. Okay, erst jetzt ist kein Problem mehr. So, ich steh da hin. Warte ab. Einmal. Oder auch nicht. Okay. Dann hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Ja, so ein ganz kleines Problem. , neuladen, 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 neuladen. 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 Wann flasht er? Jetzt flasht er. Oh, damit hab ich nicht gerechnet. Triff ihn doch. Goddammit. Fucking hell. Würdest du bitte in die Luft fliegen da? Kein Treffer. Ist das ärgerlich. Kein Kommentar. Das war ein Treffer? An beiden. Hey. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. So, jetzt kommst du hier rüber. Und machst mich tot. Süß. So. Ich treff ihn nicht. Komm. Danke. Erste Treffer ist kein Problem mehr jetzt. Jetzt muss er wieder hier rüber kommen. Runter. Das war doch ein Treffer. Das war doch ein Treffer. Hätte ich jetzt so gesagt. Ich bin ja nicht Hit-Detection. Okay, jetzt ist er in der dritten Form. Der. Im Ero könnte sie. fucking Bildschirm. Ich kann bestimmt irgendwie so. Ganz einfach. So machen. Er wäre gekrippiert. Ey. Nicht im Ernst, Mann. Jetzt muss ich mir alle drei Techniken einmal merken. Das war die nicht. Upsala. Jetzt kommt er hier hin. Fällt hier runter. Fail. Okay, er kommt hier runter. Da anzublinken. Fail. Wie denn dann? So. Mitnehmen. Irgendwie so extra. Ah. Ich mag diesen Power-Phomp nicht hier. Keine Ahnung was. Phomp. Phompity Phomp. Phomp. Tod. Den absoluten Killer. He's the man. Was hab ich da jetzt gemacht? Scheiß hab ich da gemacht. So. Preffer. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Baby. Das war blöd. Das war wirklich sehr blöd. Sonst geht's mir gut. von dem Fakt abgesehen, dass man auf den Kopf gesprungen ist. Wuhu. Wuhu. Sagte ich. Und wieso überlebt er es manchmal, wieso manchmal nicht? Ich verstehe diesen Boss nicht mal. Bam. Den krieg ich aber gut. Danke. Nein. An die Seiten. Ganzen Scheiß nochmal. Okay, komm hier rüber. Das hat doch keinen Sinn. Das hat doch keinen Sinn. Treffer. So. Jetzt geh ich das so vorsichtig an. Meiner. Blitz. Bam. Jawohl. Und jetzt hier die Strategie. Nein. Nein. Wow, Baby. Wow, Baby. Wow, Baby. Sieg. Dürfen die mich nicht töten? Und ich gewinne. Oh, Fragezeichen. Danke für, dass du mich gerettet hast. Nun kann ich wieder nach Hause. Danke, Henry. Ich kann ihn mir... Fuck. Okay, ich bin durch. Ihr habt es gesehen. Aus. Ende. Fertig. Tschüss. Ich bin der Mero, das war Henry's Adventure. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.